Florian Silbereisen gratuliert zur Hochzeit von Helene Fischer und Thomas Seidel. Gleich nach Erhalt der Hochzeiteinladung des Ehepaares Helene Fischer und Thomas Seidel zögerte Florian Silbereisen nicht, dem Paar einen Segen zu senden. Florian Silbereisen sagte, Helene Fischer brauche eine so glückliche Hochzeit genauso wie sie glücklich sein müsse. Thomas Seidel ist ein netter Kerl. Ich hoffe, er behält seine Gefühle für Helene Fischer so wie sie sind. Das gibt mir mehr Gelassenheit für sie. In naher Zukunft wird Helene Fischer eine offizielle Hochzeit mit Thomas Seidel in Deutschland abhalten. Dies führte dazu, dass viele Leute sehnsüchtig warteten. Wird Thomas Seidel sich noch mehr um Helene Fischer kümmern? Neben einer Hochzeit begrüßten sie Anfang nächsten Jahres schnell ihr erstes Kind. Dies ist ein großes Glück für das Paar. Florian Silbereisen gratulierte dem Paar. Das sagte Helene Fischers Ex-Liebhaber Florian Silbereisen. Derzeit betrachten Helene Fischer und ich uns nur noch als Brüder, als beste Freunde, nicht mehr als Liebe. Ich hoffe sehr, dass Helene Fischer einen guten Platz findet und sie sich freuen wird. Thomas Seidel ist jemand, dem ich vertraue und dem ich sie anvertrauen kann. Er ist sehr fürsorglich und liebt Helene Fischer. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Hochzeit. Auch Florian Silbereisen fügte hinzu, ich hoffe auch, dass Ihre Hochzeit schnell stattfindet, damit Sie nach Hause gehen können und Thomas Seidel sich besser um sie und ihr ungeborenes Baby kümmert. Ich bin so glücklich, dass Helene Fischer ein Baby bekommt. Möge sie ein Baby zur Welt bringen. Wünsche der Mutter runde und eckige Kinder. Florian Silbereisen hat ein sehr gutes Verhältnis zu Beatrice Igli. Die beiden sind ein Paar, das viele Menschen leidisch macht. Aktuell haben Florian Silbereisen und Helene Fischer beide ihr eigenes Ziel gefunden. So haben beide ihr Glück gefunden. Hoffentlich sind beide an ihrem jetzigen Ziel glücklich. Beatrice Igli ist ein sehr verständnisvolles Mädchen. Sie war nicht eifersüchtig oder so. Sie vertraut Florian Silbereisen. Das Paar ist in der Tat ein Segen. Ich liebe das Paar sehr. Wenn Sie ein Fan des Paares sind, denken Sie daran, uns zu folgen. Lassen Sie das Paar die neuesten Nachrichten eingeben. Danke für das Anschauen des Videos.